Lena Stolze ist eine österreichische Schauspielerin. Ihren Durchbruch hatte sie 1982 als Widerstandskämpferin Sophie Scholl in den Kinofilmen Die Weiße Rose und Fünf letzte Tage. Einen weiteren großen internationalen Erfolg hatte sie 1990 mit Michael Verhövens Spielfilm Das schreckliche Mädchen als bayerische Klosterschülerin Sonja. Privatleben Lena Stolze wurde als Tochter des Opernsängers Gerhard Stolze und der Schauspielerin und Malerin Gabriele Gretschel in Ostberlin geboren. Ihre Schwester ist die verstorbene Theaterschauspielerin und Dozentin Franziska Stolze, die fest am Ulmer Theater engagiert war. Im August 1961 verließ die Familie über München die DDR und ging nach Wien, wo sie das Gymnasium mit Abitur abschloss. 1974 studierte Stolze zunächst Germanistik und Kunstgeschichte in München, wechselte 1976 an das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, um sich als Schauspielerin ausbilden zu lassen. Nach einem Jahr brach sie ihre Ausbildung ab. Lena Stolze war in erster Ehe mit dem Regisseur und Autor Norbert Skrowanek verheiratet. In zweiter Ehe ist sie mit dem Dramaturgen Michael Ebert zusammen, mit dem sie drei Kinder hat. Sie lebt in Berlin-Charlottenburg. Karriere Theater Stolze gab ihr Bühnendebüt in der Spielzeit 1976-1977 am Ulmer Theater, wurde im Anschluss an der Freien Volksbühne Berlin und dem Schiller Theater in Berlin verpflichtet, wo sie u. a. neben Will Quatt fliegt die Rächer in Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise und unter Hans Lietzau Hauptmanns Leontine in der Biberpelz darstellte. Sie spielte ab Ende der 1970er Jahre am Wiener Burgtheater, wo sie 1979 als Dorothee in dem Musical Der Zauberer von Oz debütierte. Nach zwei Jahren als Burgschauspielerin war fest an das Bayerische Staatsschauspiel engagiert. Bis 1984 war sie am Residenztheater München, von 1984 bis 1992 Ensemble-Mitglied des Thalia-Theaters in Hamburg, wo sie u. a. die Ophelia in Heiner Müllers Hamlet-Maschine und die Nina in Anton P. Tschechows die Möwe verkörperte. Weitere Engagements führten sie zum Schauspiel Frankfurt, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und bei den Salzburger Festspielen. Film und Fernsehen 1977 übernahm Stolze in der Fernsehadaption von Rudolf Nöltes Berliner Volksbühnen-Inszenierung Die Ratten ihre erste Rolle vor der Kamera. 1978 verkörperte sie an der Seite von Thomas Ahrens in der sechsteiligen ZDF-Fernsehserie Das kalte Herz nach dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauf die Rolle des Schwarzwaldmädchens Lisbeth. 1982 war sie in den Kinofilmen Die Weiße Rose und Fünf letzte Tage in der Rolle der Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu sehen. Für beide Filme erhielt sie den Bundesfilmpreis und gemeinsam mit I.R.M. Herrmann das Filmband in Gold in der Kategorie – beste darstellerische Leistungen. Ihre Freundin Amelie Fried unterrichtete sie für die Rolle im schwäbischen Dialekt. In Percy Adlons Spielfilm Die Schaukel – nach dem autobiografischen Roman der Dichterin Annette Kolb – verkörperte sie 1983 die Rolle der Gervais und wurde für diese Rolle gemeinsam mit Anja Jenicke, Susanne Herlet und Joachim Bernhardt als «Bester Nachwuchs» mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. In dem Politthriller Morgen in Alabama spielte sie 1984 neben Maximilian Schell. 1990 brachte ihr die Rolle der bayerischen Klosterschülerin Sonja Rosenberger, die die NS-Vergangenheit ihrer Kleinstadt nicht ruhen lassen will, in Michael Verhovens Spielfilm Das schreckliche Mädchen neben einer Oscar-Nominierung wieder zahlreiche Auszeichnungen und ihren zweiten Bundesfilmpreis ein. 1997 arbeitete sie für den Fernsehfilm Winterkind, in welchem sie die Rolle der Elke Berger spielte, erstmals unter der Regie von Margarete von Trotter. 2001 war sie in dem von Matti Geschoneck inszenierten Thriller Späte Rache in der Rolle der Susanne Schneider an der Seite von Per Jäger, Maya Marano und Christian Redel zu sehen. In dem Kriminalfilm Ein starkes Team – Der schöne Tod agierte sie als Ex-Frau Eveline des von Florian Martens dargestellten Hauptkommissars Otto Garber. Zwischen 2002 und 2016 übernahm Stolze in insgesamt sieben Folgen Gastrollen in der ARD-Krimireihe Tatort. In der SAT.1-Krimiserie Der Elefantmord verjährt nie gehörte sie von 2002 bis 2005 in der Rolle der Kriminaloberrätin Dr. Krüger zur Stammbesetzung. 2003 erfolgte eine weitere Zusammenarbeit mit der Regisseurin Margarete von Trotter für das Filmdrama Rosenstraße um den Rosenstraßenprotest. 2010 war sie in Josef Wilsmeyers Bergfilm Nanga Parbat, der die Sigi Löw Gedächtnisexpedition thematisiert, als Mutter von Reinhold und Günther Messner zu sehen. In der ZDF-Samstags-Krimireihe Kommissarin Heller übernahm sie von 2013 bis 2021 eine durchgehende Rolle als Psychologin Dr. Barbara Jacobi. Auszeichnungen 1983 Bundesfilmpreis für die Weiße Rose und Fünf letzte Tage 1983 Kulturpreis der Stadt München 1984 Bayerischer Filmpreis für die Schaukel 1990 Bundesfilmpreis für das Schreckliche Mädchen 1990 Preis der Deutschen Film- und Fernsehkritiker für das Schreckliche Mädchen 1990 Silver Hugo beim Chicago International Film Festival als Beste Darstellerin für das Schreckliche Mädchen 1991 Oscar-Nominierung für das Schreckliche Mädchen Lü Think Lü Western Lüth Lüth Lüth